Dann eine letzte Frage. Sie haben 30 Sekunden. Warum soll man ausgerechnet Sie jetzt reden? Ich bin eine Kämpferin. Ich setze mich für Menschen ein. Menschen sind für mich wichtig und vor allem auch, in welcher Situation sie leben. Das heißt, ich möchte für die Menschen in Österreich und vor allem in Graz etwas bewegen. Darum ist es mir wichtig, dass es weiterhin eine beste Gesundheitsversorgung für alle Menschen gibt. Dass man mit dem Einkommen leben kann. Darum 1.700 Euro steuerfrei. Dass wir aber auch eine Wohnung uns leisten können. Darum soll es Mietpreis-Obergrenzen geben und die Steuer auf Mieten wegfallen. Und weiterhin sollte man in einer Stadt leben können, wo man die Luft gut atmen kann. Das heißt, für Klima und Ausbau von öffentlichem Verkehr sollte man schauen. Und darum bitte, 29. September, SPÖ-Werena-Nussbaum. Danke. Das war noch der berüchtigte Werbespruch. Genau. Danke fürs etwas länger als geplante Gespräch. Aber wie immer, wir nehmen uns Zeit für unsere Politiker. In dem Sinne, InsidePolitik und mehr als Tagespolitik. Danke fürs Zuschauen. Danke auch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke. Das war's für heute.